Servus, hallo und willkommen zurück zu Kirby's Dream Course Part 2. Wir kämpfen immer noch um die Punkte mit Nudeln. Hallo! Und Nudeln ist als erstes dran, weil sie beim letzten Mal gewonnen hat. Unten sehen wir es, sie hat drei Punkte eingesackt. Ich werde versuchen, das Ganze hier aufzuholen. Du wirst es aber nicht schaffen. Werde ich wohl. Nein, Mann. So, jetzt muss ich treffen und ich mache mal so. Passt schon. Mega guter Schuss, Nudeln. Also das hast du nicht. Das ist natürlich eine Kunst, was du hier machst. Natürlich. Ich spinne hier voll rum. So, wir machen, dass der Kirby hier in die andere Richtung springt. Eben in diese hier. Mal kurz sehen. Ja, so. Ne, wir machen es so. Das ist natürlich ein bisschen mehr Zeit. Denn wir wollen ja auch treffen. Und mit voller Karacho geht es hier Richtung, nicht Richtung Gegner. Okay, schade. Tja. Äh, was war das mit mir? Mega. Boah. Triffst du doch eh nicht. Natürlich. Ja, so kannst du machen. Das spielst du über den Stage, doch. Finde ich mega gut. Ich aber nicht. Volle Karacho. Na, fast. Wehe, du berührst mich. Was habe ich gerade gesagt? Komm, schluss mich rein. Schluss mich rein. Schluss mich rein. Oh, das ist natürlich... Vielen Dank. Das war sehr nett. Vielen Dank für die Nudeln. Und damit hat der Negro eingeloggt. Zwei versus zwei Punkte. So. Ich hole auf. Nein. Doch. Nein. Offensichtlicherweise hole ich auf. Nein. Wer diese Runde gewinnt, das erfahrt im nächsten Part. Bis dann. Nichts. Ach. Äh. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020